So, dann gucken wir doch mal, wir haben zu wenig Nahrung, ja wie immer, bei 15, äh 19 Leuten, äh, was machst denn du, nix, was bist du für ein fauler Hund, ja, geh, Baum fällen, was machst du, geh zum Ufer, du gehst fischen, sehr schön, äh, palim, 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 du kannst hier den Baum klein machen, du gehst zum Ufer, alles klar, einmal die Geschwindigkeit erhöhen bitte, und dann, ja, müsste ja schon wieder bald Winterzeit sein hier, äh, schade, die Sichel können wir noch nicht herstellen, was machst denn du, gar nix, was bist denn du für ein fauler Hund, ja, geh, Baum fällen, äh, bop, 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 bop los? Ja, gut. Irgendwie machen die gerade alle gar nix. Das ist ein bisschen scheiße. Und warum steht da drüben ein Wagen? Ja, gut. Die stehen alle mit drum rum. Warum? Mach doch mal was. Ich hab nur sechs Fisch für... Fünf Fisch für 19 Leute. Alter, ernsthaft, Mann. Wir brauchen Tiere. Eindeutig. Ähm... Oh, das krieg ich mir erst in der nächsten Zeit, Alter. Shit. Shit, shit, shit. Ähm... Oh, wenn wir das haben, können wir die vollstellen. Ich meine, dann kann man die ganzen Felder hier abernten, die hier hinten sind. Einkorn, ja gut. Das heißt, ich brauch zwei Punkte. Das war falsch. Noch eine Feuerstelle gibt uns einen Punkt und noch zwei Bisons geben uns einen Punkt. Oder wenn noch eine Person dazu kommt. Ähm... Ja, shit. Ne, das ist zu viel Aufwand. Also, eine Person, ein Lagerfeuer, zwei Bisons. Gibt's hier irgendwo eins? Ne, wir haben es zwei Lagerfeuer. Ähm... zwei Bisons. Hier haben wir nur Pferde. Die sind zu schnell weg, wenn wir die angreifen. Ähm... Ja, gut. Wir haben halt hier einfach keine Tiere zum Jagen. Das ist ein bisschen scheiße. Nicht mal hier hinten auf den Bergen gibt's irgendwas. Was ist denn das hier? Ähm... Haselnüsse. Ja, gut. Ja, Winter ist fast da. Da bringt's das auch nicht mehr wirklich. Hier unten am Ufer rät auch kein Tier rum. Ne. Scheiße. Ähm... Ja, da haben wir jetzt ein dickes Problem. So, da gab's den Punkt. Die Feuerstelle ist gebaut. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht mal hier hinten sind Tiere. Was ist denn das für eine Ecke der Map? Was ist das? Ein Aua-Ochse. Der ist fast down. Oh, bis wir dort sind, ist der weg. Ja, müssen wir die Pferde uns ranholen hier. Geht ja nie anders. Sammeln, bitte. Ja, schön sammeln. Los. Kommt, geht Pferde töten. Bitte, wenn's geht, nicht nur eins erlegen. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ja, das erste ist down. Ah, das sind ein paar Affen, ey. Also, wir brauchen ... Das war's für heute. Wenigstens das, kommt, kommt, macht wenigstens das Fohlen tot. Boah, ernsthaft, wie dumm seid ihr Menschen? Ja, das ist down. Und jetzt noch das, los. Ja, das reicht. Das reicht, das reicht fürs Erste. Was ist denn das hier? Das ist ein Schlitten, okay. Ja, der Winter ist da, toll. Der Winter ist da. Ja. Hm. 6 Hunde haben wir hier, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die wollen ja auch fressen. Warum stehst du hier drum rum und machst nichts? Du kannst auch eine Runde fischen gehen, hol dir Werkzeug dazu. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt können wir gleich mal gucken, es ist Winter, gibt hier neue Tiere. So, sieht so scheiße aus mit den Tieren hier. So, keine Tiere hier, das ist so richtig abvergrade. Die Pferde sind auch alle weg. Das ist Shit, ist das. Ich will aber auch nie umziehen mit den Leuten, ne. Weil die kommen alle hier an dieses eine Lagerfeuer, wenn Leute kommen. Loll, gar nicht gesehen. Hier, genau. Jetzt können wir neue Sachen herstellen. Äh, Werkzeug, das primitiv zu schlachten von Tieren verwendet wird. Ja, herstellen. Eiskalt, Alter. Wir haben zu wenig Nahrung. Ja, ist normal. Ey, seid ihr verfressen. Wenigstens werden die Hütte mal repariert. Zur Not muss ich meine Hunde schlachten. Geht ja nicht anders. Was ist Shit, ist das? Ach, sehe ich jetzt erst, dass hinten wieder Pferde sind. Ach, das sind sogar die... LOL. Aber warum habe ich hier nur Pferde? Mammuts, genau. Die werden wir uns jetzt holen. Die werden wir uns jetzt snacken, die Mammuts. Auch wenn die ein ganzes Stück weit weg sind. Aber es geht nicht anders. Was muss, das muss. Drei Stück. Ein Jungtier, Mutter, Vater. Wir werden alle drei killen. Und es wird nichts anderes übrig bleiben. Du hast einen Sperr. Du hast einen Sperr. Du hast einen Sperr. Du hast einen Sperr. Du hast auch einen Sperr. Sperr. Du hast einen Sperr. Oh. Ihr geht zurück. da ist die potzau wir machen erst die down bleib stehen bleib stehen und jetzt hier sind sogar mehrere macht 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 kommt das kriegt dahin das sind zwei stück die auf euch gehen ja ja sehr schön kommt macht es down macht es down und jetzt hier das riesen kalb noch die jungtiere sind dann ganz leicht es ist mir egal ob die krank ist los nein wir haben einen menschen verloren ja ja dazu und wir haben keins genau was ist mit der hier los dieser mensch hat gering wert und wird ja es kommt der händler ist da essen auf jeden fall das hat einen wert von 1 das hat einen wert von 1 21 holz auf jeden fall erst einmal wir machen ein bisschen mehr läuft jetzt aber hier einsammeln ganz viel essen hier zwei neue menschen dazugekommen zwei sind gestorben passt läuft läuft so langsam an hier mit anhänger wird voll geladen sehr nice was ist denn das hier hinten gewesen die winterzeit ist vorbei cool aber damit endet auch die folge für heute und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da lasst kommentare da und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin bleibt entspannt genießt den tag und bye bye hier